Ein rationaler Ansatz für die Einnahme von Supplements ist unser heutiges Thema, über das wir reden werden. Nahrungsergänzungsmittel werden im englischen Supplements genannt, darum spricht man auch gerne von Subs, also der Kurzform von Supplements. Und ich definiere in diesem Video Supplements als die Einnahme von Tabletten, Tropfen und Pulvern, die nicht verschreibungspflichtig sind und den Menschen dabei unterstützen sollen, eine optimale Zufuhr an Vitaminen und ähnlichen Dingen, also wie zum Beispiel Spurenelementen zu erzielen. Solche Supplements habe ich schon eingenommen, als ich noch ein Jugendlicher war, zum Beispiel als ich noch ein Teenager war, hatte ich regelmäßig starke Wadenkrämpfe, die sehr wahrscheinlich durch einen Magnesiummangel in der Jugendzeit auftraten. Also habe ich dann immer von meinem Papa aus dem Schrank die Magnesium-Tabletten genommen, mit so einem ekligen Orangengeschmack, die man dann eingeworfen hat und dann so angefangen haben, sich aufzulösen. Und das war so mein Einstieg. Und ein Jahr nach dem Beginn meines Studiums, mit einer nicht so gesunden Ernährung im ersten Jahr, meldete ich mich das erste Mal im Fitnessstudio an. Und in der gängigen Bodybuilder-Szene und in den Bodybuilder-Foren wurde schon vor über zehn Jahren über diverse Nahrungsergänzungsmittel gesprochen, die man unbedingt einnehmen sollte. Und ich habe mich aber erstmal auf Proteinpulver und Kreatin beschränkt. Also sowieso nicht auf irgendwelche schlimmen Sachen, aber erstmal auf diese zwei Sachen. Mit Mitte 20 habe ich dann angefangen, mich intensiver mit Nahrungsergänzungsmitteln wie Magnesium und Vitamin B12 zu beschäftigen. Und in den letzten zwei Jahren bin ich ziemlich tief in das Longevity- und Biohacking-Thema eingetaucht, weshalb es auch immer mehr Content auf diesem Account gibt und habe mein Wissen bezüglich Supplements noch viel weiter vertieft in dieser Zeit. Warum nehmen Menschen Supplements? Die Gründe, weshalb Menschen Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, sind wirklich sehr verschieden. Zum Beispiel wird ihnen dies von Freunden oder von Influencern empfohlen. Also zum Beispiel bin ich auch auf Vitamin D3-Tropfen aufmerksam geworden, weil jemand aus dem Bekanntenkreis das genommen hat. Andere Menschen merken eine Mangelerscheinung, wie zum Beispiel ich die Wadenkrämpfe und versuchen diese proaktiv auszugleichen, indem sie sich darüber informieren, was dagegen hilft. Wiederum andere Menschen sorgen proaktiv vor und nehmen vorsorglich Vitamine ein. Also ich zum Beispiel als Vegetarier nehme vorsorglich Vitamin B12 ein. Oder so All-in-One-Lösungen wie LaVita, Biogena1 oder Ag1. Und zu guter Letzt gibt es die Bluttester. Diese lassen sich Blut abnehmen und auf bestimmte Vitamine und Code testen. Und basierend auf diesen Ergebnissen nehmen diese Menschen bestimmte Nahrungsergänzungsmittel ein oder lassen sie halt weg. Und so gehe ich auch in den letzten zwei Jahren eigentlich vor durch regelmäßige Bluttests. Wann sollte man wirklich Supplements nehmen? Auf diese Frage wirst du wirklich viele verschiedene Antworten erhalten. Ich selbst nutze als Grundlage seit einiger Zeit einen Bluttest, den ich alle paar Monate machen lasse. Und dort lasse ich das Blut unter anderem auf Magnesium, Calcium, Eisen, Vitamin B12, Vitamin D3 und andere Sachen testen. So sehe ich als Vegetarier gut, ob ich genügend Vitamin B12 einnehme oder sogar zu viel nehme. Ähnliches gilt für Vitamin B3. Man kann sogar einige Zusammenhänge erkennen. So kann eine erhöhte Einnahme von Vitamin D3 dazu führen, dass mehr Calcium aus den Knochen freigesetzt wird, was den Calcium-Spiegel in die Höhe steigen lässt. Allerdings sind die Ergebnisse aus den Bluttests kein Allheilmittel. Magnesium beispielsweise setzt sich in unterschiedlichen Bereichen des Körpers ab. Laut Peter Attia ist eine Überdosis an Magnesium eher unwahrscheinlich. Jedoch sind die Ergebnisse des Bluttests einfach kein ausreichender und sicherer Indikator für eine Über- oder Unterversorgung, eben weil Magnesium und andere Stoffe halt nicht nur im Blut vorhanden sind, sondern sich auch woanders absetzen. Aus diesem Grund sollte man sich genau informieren, ob und wie man möglichst genau den aktuellen Zustand einzelner Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren bestimmen kann. Zudem bin ich der Meinung, dass man sich zuvor auf seriösen Quellen informieren sollte, welche Wirkung ein Stoff haben kann, den man zu sich nimmt. Ein anschauliches Beispiel dafür ist in meinen Augen Ashwagandha. Ashwagandha wird in Indien seit Jahrhunderten genutzt und ist mittlerweile in Tablettenform in Deutschland und natürlich auch in vielen anderen Ländern dieser Welt erhältlich. Dem Stoff Ashwagandha werden super viele positive Eigenschaften zugeordnet. Allerdings kann die Einnahme auch Nebenwirkungen haben, wie zum Beispiel eine Wesensveränderung. Also man ist nicht mehr man selbst. Wenn man die Nebenwirkungen kennt, kann man diese besser im Auge behalten und viel schneller reagieren. Das heißt, informiere dich, was die Stoffe auslösen können, die du einnimmst. Was in meinen Augen aktuell super schief läuft bei der Supplement-Zunahme und das war wahrscheinlich schon vor 10 oder 20 Jahren, waren viele Tipps für Nahrungsergänzungsmittel unsinnig und nicht hilfreich. Allerdings waren viele Forenbeiträge frei von Affiliate-Links. Es ging um echte Diskussionen und es ging nicht um Geld. Firmen wie ISM zeigen, was mit Influencer-Marketing alles möglich ist und zwar im negativen Sinne. Fitness-Influencer halten 10 verschiedene Dosen in die Kamera und diese werden einfach blind gekauft, ohne sich vorab zu informieren, ob man diese Stoffe seinem Körper wirklich zusätzlich zuführen muss. Was für mich noch gefährlicher ist, sind solche Influencer, die in meiner Größenordnung sind, also so Mini-Influencer. Mikro-Influencer mit wenigen tausend Followern. Diese Leute sind für mich sehr gefährlich. Ich selbst versuche in meinen Videos und Artikeln so neutral wie möglich zu berichten. Ich informiere mich zu jedem Beitrag auf Websites wie exemine.com oder der bekannten Seite PubMed und ich versuche alle Vor- und Nachteile zu nennen. Wenn ich durch meinen Instagram-Feed scrolle, dann sehe ich so viele Videos von Leuten, die Dinge als klaren Fakt in die Welt stellen und der Welt Empfehlungen geben, die sie in reinster Verkäuferform, also wirklich Salespeople, mit vollem Selbstvertrauen als unumstößlichen Fakt präsentieren, nur um ihr Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen über einen Affiliate-Link oder vielleicht haben sie das sogar selber auf den Markt gebracht. Sei es das Anpreisen von Produkten und von Verhaltensweisen, aber auch das Abraten von Produkten und Verhaltensweisen, die ich kritisch sehe. Ich weiß, dass man snackable Content braucht, aber das ist in der Gesundheitswelt einfach super gefährlich, weshalb meine Videos auch in der Regel deutlich länger sind. Da wird einem einfach mal Ashwagandha gegen Schlafprobleme und Verstimmungen empfohlen und alle Nachteile werden einfach ignoriert und das kann einfach gefährlich werden. Ebenfalls ein großes Problem sind die Podcasts von Leuten wie Andrew Huberman oder Peter Attia. Ich selbst höre diese Podcasts und bin vor allem Fan von vielen Folgen, die Peter Attia bereitgestellt hat. Aber insbesondere Andrew Huberman wagt sich fast wöchentlich in ein komplett neues Fachgebiet, wovon er keine Ahnung hat und empfiehlt dort Nahrungsergänzungsmittel. Auch er und sein Team nutzen wissenschaftliche Quellen, also wahrscheinlich am Ende noch mehr als ich. Allerdings stelle ich die Interpretation dieser Quellen manchmal in Frage. Besonders ärgern tut es mich, dass in den Huberman-Studien, die ja, die Huberman zitiert, die niemals an Menschen getestet wurden, sondern an Mäusen und Ratten. Und man kann Experimente an Tieren nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen und manchmal einfach überhaupt nicht, weil bestimmte Tiere und bestimmte Menschen oder Menschen einfach anders reagieren. Auf der Seite fastlifehacks.com findet man so eine Liste mit Supplements, die Huberman angeblich nimmt. Und da sind über 25 verschiedene Stoffe. Und da frage ich mich, ist das jetzt eigentlich der richtige Ansatz, so viele Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen? Und genau diese große Menge an Nahrungsergänzungsmitteln, dass man die einnehmen soll, das stelle ich ein bisschen in Frage. Und um nochmal so einen Schritt zurück zu gehen, ja, die Leute, die in diesen ganzen Foren unterwegs waren, gerade in dem Andro-Forum, klar, da waren nicht alle Tipps sinnvoll. Und das waren aber in der Regel einfach Leute, die Pumper waren, die Fitnessfans waren und die einfach Dinge ausprobiert haben. Waren die alle gesundheitsfördernd? Ah, wahrscheinlich nicht. Waren die alle sinnvoll? Nein. Aber dort haben Leute wahrscheinlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach aus intrinsischer Motivation gesagt, hey, guck mal, ich habe das und das ausprobiert. Ich habe Kreatin mit Cola genommen und das hat bei mir positive Wirkungen gehabt. Und wenn man halt in diesem Influencer-Bereich ist, ihr müsst da bei mir zum Beispiel auch immer das in Frage stellen, dann macht man das halt nicht nur aus Spaß. Also ich mache diesen Kanal hier halt, weil ich Lust darauf habe, weil mir das Spaß macht. Aber natürlich möchte ich auch ein bisschen Geld damit einnehmen. In der Regel ist das hier für mich ein Nullsummenspiel. Ich habe einfach, ich gebe einfach fast das ganze Geld oder das komplette Geld einfach wieder aus, um neuen Content zu produzieren. Ich habe mir Lichter gekauft. Ich habe mir eine gute Kamera gekauft. Ich habe letztens wieder für mehrere hundert Euro neues Equipment gekauft. Ich muss ja auch die ganzen Produkte selber kaufen, weil ich jetzt kaum irgendwie Kooperationen bekomme. Und trotzdem müsst ihr ja hinterfragen, hey, was hat Fabian für einen Vorteil daraus? Also zum Beispiel, Fabian hat Affiliate-Links mit Whoop und mit Biogena und mit AG1. Okay, wie ist sein Video dazu? Was erzählt er dazu? Erzählt er nur positive Sachen? Erzählt er auch negative Sachen? Okay, er hat einen Affiliate-Link, also will er damit wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verdienen, also hinterfrage ich das alles. Und genau das sollte man in meinen Augen auch bei diesen ganzen anderen Influencern machen. Was ist sein Ziel dahinter? Wahrscheinlich haben viele auch, möchten euch wirklich helfen. Also ich glaube nicht, dass die meisten das einfach nur aus Geldgier machen, sondern sie möchten den Leuten helfen. Trotzdem würde ich das einfach immer alles nochmal hinterfragen. Kommen wir wieder zurück zu den Ansätzen zum Beispiel von Anthony Huberman, so viele verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Also viele Leute nehmen dann einfach diese Nahrungsergänzungsmittel ein, die ihm empfohlen werden von Huberman und Co., ohne ihre eigenen Blutwerte zu kennen oder dies genau zu hinterfragen, wofür das eigentlich da ist. Eben weil das alles so schön wissenschaftlich klingt, was da in diesen ganzen Podcasts von Huberman und Attia und teilweise auch von Influencern gesagt wird. Wann sollte man denn nun Nahrungsergänzungsmittel einnehmen? Ich unterscheide in zwei Arten der Zunahme von Nahrungsergänzungsmitteln. Einmal präventiv und einmal bei konkreten Problemen. Kaum ein Mensch ernährt sich vollkommen ausgeglichen und gibt seinem Körper die ideale Menge an Vitaminen und Mineralstoffen. Das machen nicht mal die Profisportler. Selbst bei einer guten Ernährung mit Bio-Qualität kann es zu einem Mangel kommen. Insbesondere Sportler, die ihren Körper sehr viel abverlangen, also zum Beispiel Triathleten, haben kaum die Möglichkeit, alle Stoffe über die Nahrung zuzuführen. Dafür müssten sie einfach viel zu viel essen und es kostet ja auch alles super viel Geld. Hinzu kommt, dass die Qualität unserer Nahrungsmittel einfach immer weiter abnimmt, sodass eine gute Ernährung leider nicht mehr allzu viele Vitamine enthält wie früher. Also so ein Apfel hat halt nicht mehr so viele Vitamine wie noch vor 50 Jahren. Ich nehme fast alle meine Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich präventiv ein. Wir sind jetzt hier im Herbst 2024 und was ich einnehme, ist Magnesium, Eisen, Omega-3, Vitamin D3 und Vitamin B12. Zudem habe ich wieder mit Kreatin angefangen und nehme das auch regelmäßig ein. Allerdings behalte ich immer meine Blutwerte im Blick, um eine langfristige Überdosierung möglichst zu vermeiden. So habe ich zum Beispiel gemerkt, dass Vitamin B12 zu hoch war. Also ich hatte einen Wert, der schon leicht am Limit war und habe meine Menge an Vitamin B12 daraufhin reduziert. Mein Tipp, nimm immer nur ein neues Nahrungsergänzungsmittel auf einmal. Ich kenne die Versuchung selbst. Man hat einen Abend im Internet recherchiert oder vielleicht auch länger und sich durchgelesen, welche Nahrungsergänzungsmittel jetzt hilfreich sein können und hat dann bei Sunday Naturals, bei iHerb, bei Amazon, wo auch immer, eine Bestellung aufgegeben. Und dann kommen ein paar Tage später die ganzen schönen Dosen an, die man da bestellt hat und möchte eigentlich am liebsten die alle gleich einnehmen, damit man sich noch besser fühlt als vorher. Und ich rate aber aus persönlichen Gründen davon ab. Ich empfehle immer nur ein Präparat hinzuzufügen und nach und nach weitere Präparate, also Nahrungsergänzungsmittel zu ergänzen. Nehmen wir an, du nimmst ab heute Magnesium und Vitamin B12. Drei Tage später merkst du, dass du ständig Durchfall hast. Was ist der Grund? Ist es jetzt das Magnesium oder das Vitamin B12? Oder die Kombination aus beiden? Das weißt du nicht. Fang also lieber erst mit Magnesium an oder mit Vitamin B12 und nehme dann einige Tage später Vitamin B12 oder eben Magnesium, wenn du keine Nebenwirkungen spürst. So bekommst du ein besseres Gefühl dafür, welches Supplement auf deinen Körper wirkt oder eben auch nicht wirkt und wie es in Kombination wirkt. Ich habe zum Beispiel einige Wochen Ashwagandha probiert und habe einfach gar keine Veränderung gespürt. Also ich habe nichts, gar nichts einfach wahrgenommen und dann wusste ich auch, okay, kann ich wieder absetzen. Wie sieht es mit All-in-One-Drinks von Lavita, Biogena-One und AG-One aus? Ich habe alle drei Produkte eine längere Zeit getestet und wenn ich eins empfehlen würde, dann tatsächlich Biogena-One. Das gefällt mir am besten. Basierend auf dem vorherigen, was ich erzählt habe, müsste ich diese Drinks doch aber eigentlich stark ablehnen. Meine Antwort, nein. Wer viel Zeit in seinen Körper investieren möchte, dem würde ich immer empfehlen, jedes Supplement einzeln sich auszuwählen und hinzuzufügen. Aber viele Leute haben einfach gar keine Lust, sich ständig mit ihrem Körper zu beschäftigen. Die sind nicht wie ich und haben einfach Bock dazu und sind in irgendwelchen WhatsApp-Foren und so unterwegs und auf PubMed und ich habe sogar einen eigenen Blog und einen YouTube-Kanal darüber und andere vermeiden es schon, 20 Minuten Sport zu treiben. Also wer sich nicht die Zeit für seinen Körper nehmen möchte und zeitgleich sicher gehen möchte, dass er alle Vitamine und Spurenelemente und Co. bekommt, dem würde ich nicht vom Biogena-One und anderen All-in-One-Drinks abraten. Ich würde dennoch empfehlen, mindestens einmal im Jahr eigentlich sogar öfter einen Bluttest zu machen, um die Untervorsorgung und Überversorgung im Blick zu behalten. Macht das gerne, bezahlt das lieber gerne selber und untersucht genau das, was ihr haben wollt. Besonders aufmerksam sollte man bei fettlöslichen Vitaminen sein, also die Vitamine A, D, E und K, denn die meisten Nahrungsergänzungsmittel, die man überdosiert, werden einfach über den Urin ausgeschieden, gerade bei kleineren Mengen Überdosen. Das sieht bei Vitamin B-Komplexpräparaten sehr lustig aus, man pinkelt nämlich dann am Ende sehr gelb. Die fettlöslichen Vitamine aber spült man nicht über den Gang aufs Klo raus, somit kann es einfach deutlich einfacher zu einer Überdosierung kommen, die zu Nebenwirkungen führt, eben weil man es nicht auspinkeln kann. Meinem Gefühl nach ist die Dosierung bei LaVita zum Beispiel relativ hoch von den fettlöslichen Vitaminen. Biogena One hat laut eigener Aussage die Dosis für fettlösliche Stoffe etwas reduziert, also etwas weniger, als sie eigentlich nehmen würden, um Überdosierungen zu vermeiden. Ich empfehle vor der Einnahme solcher All-in-One-Drinks auch bei wenig Zeit, sich die Zutatenliste genau anzuschauen. Biogena ist extrem transparent bei der Zutatenliste und bei der Menge. AGI One macht daraus ein Geheimnis, was ich nicht so toll finde, weshalb ich Biogena One mehr empfehle als AGI One. Wie ist mein Fazit? Bevor du Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, informiere dich bitte auf seriösen Quellen wie Examine.com oder PubMed, also auf wirklich wissenschaftlichen Quellen. Traue nicht blind kleinen und großen Influencern, auch wenn sie drei Stunden über ein Thema sprechen. Dior heißt es in der Kryptowelt, also dort, wo ich auch beruflich unterwegs bin. Do your own research heißt das, also informiere dich noch einmal selbst. Nur weil jemand in einem 15-sekündigen Video das Supplement XY als Wundermittel ankündigt, stimmt das nicht. Außerdem empfehle ich dir neue Supplements nach und nach deinem Alltag hinzuzufügen, damit du genau weißt, wie dein Körper auf die Einnahme der einzelnen Stoffe reagiert. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und hat dir Spaß gemacht. Und wenn du noch Fragen hast oder Anmerkungen, dann schreib gerne einen Kommentar. Das Ziel hat das. Untertitelung des ZDF, 2020